Und höher musst du ausspringen, da weiss ich auch noch nicht, wie das klappt. Weil das irgendwie auch nicht. Aber gucken wir mal. Das ist eigentlich auch egal, was ich heute laufe. Bisschen runterlässt du jetzt auf 13, 15. Ja. Das ist auch nicht so mein Ding mit dem Wegschicken, da weiss ich noch nicht. Aber da hast du glaube ich fast keine andere Möglichkeit. Und beim Slalom, auch so laufen, nicht vorne wechseln, oder? Geh jetzt vor dem Slalom unterwegs lieber als nach dem Slalom. Eigentlich ist mir das egal. Ich zwinge mich einfach dazu, dass die Situation aus wie der Eingang besser ist. Also normalerweise tust du schon rein, dann machst du nach dem Slalom unterwegs. Und der Tunnel wird schon bisschen gefahren sein.